So Leute, es geht wieder weiter mit Super Mario World. Ich bin wieder Yoshina natürlich, das bin ich, ja. Und es geht in, oh Gott, Donuts Secret House. Und ich kann euch sagen, ich hasse Geisterhäuser und dann noch Secret Häuser erst recht. Also Secret Geisterhäuser. Und ja, der Yoshi muss draußen bleiben. Wir kennen das doch. Und ich habe keinen Plan, was hier vonstatten geht. Was hier mit Secret Exit oder weiß der Geier oder normaler Ausgang. Und ich lasse mich einfach überraschen, ne? Kein Problem. Ach du Scheiße, wenn ich den Deppen schon wieder sehe. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Toll! Toll! Wie soll ich denn über den drüber? Wow, das ging sogar. Okay, ähm. Wenn ich da jetzt reingehe, nehme ich das Kling mit oder was? Ne, das nehme ich ja gar nicht mit. Hm? Das brauche ich nicht. Wow, wow, wow. Ach du. Hörst du auf, mich zu verfolgen? Hörst du auf? Was ist denn das bitte hier für ein Fake? Super, jetzt kommt er von der anderen Richtung oder was? Ach du Scheiße. Da ist doch eine Tür, oder? Ah, nein. Was heißt denn das jetzt? Da geht's ja Star World, oder was? Oh nein. Peace, Witch. Hallo. Was tue ich hier überhaupt? Ich beobachte das mal. Okay. Da hinten ist jetzt auch eine Tür aufgegangen, habe ich gerade gesehen. Jetzt geht das Teater mit dieser Münze schon wieder los. Oh, leck mich doch. Das ist doch falsche Richtung, oder? Ah, ich gebe mir wenigstens noch die Feder. Scheiße, wo geht's denn da überhaupt hin? Hä, was war denn das bitte mit der Münze jetzt? Ein Leben, ja. Toll. Ja, das kann was werden. Das Problem ist, ich habe mich vorher nicht erkundigt, wo es irgendwas mit Ausgang gibt, oder was ich da überhaupt tun muss. Ich gehe doch dann mal in diese andere Tür hinein. Wow. Geist, ich brauche dich. Dankeschön. Nein. Ich habe den Button schon ausgelöst. Was ist, wenn ich jetzt da reingehe? Ach so. Okay, das war jetzt der normale Ausgang. Hm. Secret Exit, oder was auch immer, das muss ich nachschauen, weil das weiß ich jetzt nicht. Und deswegen, warte mal, was ist, wo ist denn da hier? Da steht ja gar nichts. Ach so, da geht es ja dann darüber, okay. Da schaue ich kurz nach und ihr werdet es in der Tür merken und dann geht es nämlich weiter. So, da bin ich auch schon wieder kurz nach und zwar bei Norma Bolltas Let's Play, ja. Er hat es ja schon durchgespielt und es hat mir wirklich sehr weiter geholfen, denn ich wäre da niemals in mein Leben drauf gekommen, dass ich das machen muss. Und ich bin sehr dankbar, scheiße. Ich bin sehr dankbar, dass ich mir dort abschauen konnte, was ich da machen muss. Ach du Schande. Also, falls ihr auch mal irgendwie Hilfe oder irgendwas braucht oder nicht wisst, ähm, scheiße, wie es weitergeht. Was eigentlich, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr der Fall ist, weil eigentlich, glaube ich, von dieser Super Mario World gespielt hat, außer wieder ich, ne? Egal, aber falls ihr mal Rad braucht oder was, könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Ich bin normal, Bolzer und, ja. Ich werde mich da öfter, glaube ich, jetzt umschauen müssen, weil, den wollte ich nicht mitnehmen, weil ich immer keine Ahnung habe. Okay, dann schauen wir mal, ob ich das jetzt auch so schön hinkriege wie er. Ich sicherlich nicht. Komm her, boot, 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 boot. Fliegt er nach oben, dieser Trottel? Okay, wir gehen jetzt jetzt einfach alles ganz locker flockig an hier. Ja, sammeln wir zur Dekoration Münzen. So, wir machen folgendes. Wir machen, wir machen sowas nicht. Wir gehen, ja, Dankeschön. Ich betätige diesen Peace Bitch, dann muss ich das machen. Hahaha, da wäre ich nie in meinem Leben drauf gekommen. Und das Problem ist jetzt, jetzt kommt ein Zwischenboss. Scheiße. Komm, wie schaffe ich den? Ohne Selbstwert. Nein, nein. Ah, scheiße, ich brauche die Feder. Die Geister regen mich auf. Das ist mir egal, er ist tot. Okay. Zwar Feder verloren, aber auch egal. Äh, das ist ja auch mal eine andere Art von Secret Exit, oder? Was sagt ihr dazu? Egal. Es ist getan. Oh nein, Star Road, da ist sie ja. Ach du Scheiße, die Star Road. Jetzt würde ich mal nur mal kurz schauen. Das ist einfach nur... Aha. Donut Secret 2. Dann gehen wir doch erstmal hier rein, bevor wir wieder hier Secret Exit und so eine Scheiße machen. Ähm, ey, Secret Exit, was labere ich da? Star Road und so eine Scheiße machen? Das war nicht genau. Ähm, das ist schon mal gelb. Naja, von mir aus. Oh Gott, um was geht's denn da? Oh nein, ich mag kein... Ich mag kein... Ich mag keine... Nein, was mache ich denn? Scheiße, verloren. Ich mag keine Schneewelden, wollte ich sagen. Und ich habe jetzt total abgekackt. Ich wollte einfach nur den Panzer nehmen und schauen, was in diesem scheiß Fragezeichen drin ist. Äh, das ist jetzt auch schon Geschichte. Oh Gott, um was geht's denn da schon wieder? Hallo. Okay. What's in this thing, Bombs? Was ist denn da drin? Ah, da ist ein Stern. Oh Gott, bin ich in einen Abgrund reingefungen? Hier bisschen Musik. Oh, wie ist das Level bald zu Ende? Gerade erst mal angefangen. Ah, da wollte ich gar nicht rein. Naja. Das ist... Das gefällt mir schon wieder eher. Kriege ich auch mal einen Pilz? Nein. Aber ich bekomme eine... Hä, wie sieht denn der jetzt aus? Der Mario. Ist der denn sonst normalerweise dicker aufgeblasen? Also irgendwas passt doch da nicht. Achso, weil es ist mir nur Bonus-Time oder was? Geh einfach da rein, Mario. Und sei leis. Kann ich mir auch wünschen, dass das Level bald zu Ende ist. Scheiße! Und ich war... Oh Mann! Verflucht. Ich war halt Mini. Oh! Ja, nimm mal rein. Oh Mann! Ah! Oh! Ah, verstehe. Jetzt kommt wieder so eine Scheiße oder was? Ja. Wo soll ich wissen, wo es da hingeht? Hä? Das ist doch sehr suspekt, oder? Der ist doch nicht mal hier ein Peacewitch in der Nähe. Leute, fragt nicht. Ich hab hier sowieso wieder nichts. Scheiße, jetzt hätte ich doch auch noch diesen Stern holen können. Wie dumm bin ich eigentlich. Ja. Ich hol mir den Stern. Seht ihr? Am Anfang ging es gut und jetzt kommen die wunderschönen Sales. Ja. So. Hoch mit dir. Los, Mario. Den Stern hol ich mir. Oder auch nicht. Doch, ich hol den mir. Oha! Da ist irgendwo ein Loch gewesen. Och komm, Mario. Die Trottel. Nach der Bräune nahe gehen, oder? Ach Mann! Ich sterbe ständig. Leute, ich hol mir kurz items, weil sonst hat das alles gar keinen Sinn. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich hab einen Yoshi geholt. Ich hab mir eine Feder geholt. Zwei Leben hab ich mir geholt. Huhu, huhu, huhu. Was soll denn da jetzt bitte noch schief gehen? Da müsste eigentlich nichts schief gehen, oder? Ah, ach, Yoshi! Ich kann doch mit Yoshi gar nicht da hoch, ne? Kann ich die auch essen? Ja, das kann ich wenigstens essen. Och, scheiße! Mann, ich hasse es, wenn's glatt ist. Das kennt ihr doch aus dem... Ja, toll. Super! Was hat's mir jetzt gebracht? Das hat mir gar nichts gebracht. Ich riechen mir hier die Feder. Oh, Leute! Dieses Spiel riecht mich auf. Nein, falsch! Dieses Level riecht mich auf. Boah, war da welchen Abgrund reingefallen? Huhu! So. Na, toll. Was? Die Röhren rutschen auch? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, toll. Tot. Lecken mich doch alle am Arsch. Sorry, aber... Nichts hat's gebracht, was ich mir da geholt hab und sonst was. Ich hol mir doch... ...diese beschissene... ...Sternensache hier. Brumm, brumm. ...wenn ich den beschissenen Stern auch bekommen würde. Oh! Wow, Leute! Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ey, das war doch Skill. Klar. Zufälliger Skill, wie immer. Oh, scheiße! Wie dumm! Ja, genau, Mario! Mann, Mario, du Trottel! Toll, jetzt hat dir der Stern auch nichts gebracht. Jetzt muss ich da wieder vorbei. Nur, weil ich zu doof bin dazu. Leute, das Spiel... Oh, ist nichts von meinem... Oh, ich raste gleich komplett aus, ey. Ich bin nahezu dran, Safe-Sale zu setzen. Wirklich wahr, ich schwör's euch, Leute. Wie peinlich, aber weil's einfach nur beschissen ist. Ich rutsche der Bste aus und ich hasse es, wenn ich ausrutsche. Mach mal hin mit deinem Stern. Ah, nicht ins Loch fallen. Okay, streng dich an. Wow! Bist du des Wahnsens eigentlich? So, du gehst jetzt da hoch, du Trottel. Dankeschön. Und da springst du einfach vorbei, als wär's nichts. Ah! Ah, ich bin halt klein, ne? Ah! Ich schüttel fast meinen Abgrund. Ich will einfach doch nur ins Ziel. Ist das... Oh Gott! Nein! Nein! Warum denn? Hab ich nicht ein bisschen aufgepasst? Leute, ihr müsst es im nächsten Teil sehen, ey. Bis dahin. Also, wie... Vielen Dank. Vielen Dank.